Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen, schön dass ihr da seid. Mein Name ist Nicole und heute packen wir den riesigen Silvana Adventskalender aus. Der beinhaltet ausschließlich asiatische Kosmetik und ich bin da super gespannt drauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich glaube, dieser Adventskalender ist einer der größten, die ich jetzt bisher in diesem Jahr ausgepackt habe, wenn nicht sogar der größte und schwerste. Der ist wirklich so schwer, dass ich hier meinen Arm auf der Kommode abstützen muss, weil ich den sonst nicht lange halten könnte. Er geht auch hier ziemlich in die Tiefe, also er ist nochmal größer und tiefer als wie der Blossybox Adventskalender zum Beispiel. Und er ist von der Gestaltung her, ja so gar nicht weihnachtlich, aber es ist auch ein asiatischer Adventskalender und die sind da eh immer ein bisschen anders, was die Optik betrifft. Silvana ist eine Shop-Seite, wo ihr hier ganz einfach eben an die koreanische und asiatische Pflege rankommt. Ich habe ja da auch schon ein paar Videos drüber gemacht und euch Produkte vorgestellt und Silvana hat mich jetzt angeschrieben, ob ich auch ihren Adventskalender vorstellen möchte. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Es ist einfach ein Highlight für mich und ich möchte mich darum an dieser Stelle auch ganz herzlich bei Silvana bedanken. Vielen lieben Dank. Ich darf euch auch ausrichten, dass mein Rabattcode, den ich bei Silvana habe, auch für diesen Adventskalender gilt. Mit dem könnt ihr 10 bis 15 Prozent sparen. Ich blende euch den mal hier ein, der ist ein bisschen länger. INF für Influencer, dann 10, dann UB für Unmops Butterfly und dann noch Nicole hinten dran. Also wenn ihr mögt und euch der Kalender interessiert, nutzt ihn gerne. Es würde sich in jedem Fall lohnen, den Rabattcode zu nutzen, da dieser Kalender leider echt teuer ist. Er kostet 209 Euro und 205 Euro und 99 Cent. Also das ist schon eine heftige Hausnummer, ich weiß. Aber Silvana hat auch geschrieben, dass der Wert der Produkte quasi im Vergleich, wenn man sich die Produkte einzeln kaufen würde, 46 Prozent Ersparnis bringt. Also wenn man sich überraschen lassen möchte und einfach gerne asiatische Kosmetik ausprobieren möchte, ist das vielleicht eine tolle Gelegenheit und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich schlage das jetzt hier mal auf und da haben wir eben so diese Türchen und dann sehen wir, dass es ein richtig toller Schubladen-Adventskalender ist. Das heißt, der ist perfekt geeignet zum Wiederbefüllen. Hier steht auch noch ein bisschen was drauf und zwar die Reihenfolge, wie man wann was verwendet. Also ich glaube, ihr seht das jetzt hier nicht in der Tür, aber da steht wirklich Schritt 1 Reiniger, Schritt 2 Toner, Schritt 3 ein Serum, Schritt 4 Moisturizer, Schritt 5 Lichtschutz, nicht vergessen. Und hier steht das gleiche nochmal für die Abendroutine. Also einmal die Morgenroutine, einmal die Abendroutine. Finde ich super klasse, dass ihr das da auch nochmal mit so auflisten. Ich habe ja auch eine sehr umfangreiche Routine und bin gespannt, was jetzt hier an Marken und Produkten drin sein wird. Also ich bin wirklich neugierig und nehme jetzt auch mal direkt die Nummer 1 heraus. Die hat so eine goldene Front, sieht hübsch aus und da haben wir schon eine richtig tolle Marke drin. Und zwar ist das von der Marke Skin 1000 Fur, eine koreanische Marke. Das Madagascar Centella Hualu Cica Blue Serum. Ich habe aus dieser Reihe einen Sonnenschutz schon hier bei mir zu Hause. Und das passt natürlich super, dass ich da jetzt noch so ein feuchtigkeitsspendendes Serum hier mit quasi dazu bekomme. Und das sieht richtig hübsch aus. Wir haben hier eine Glasflasche, die ist so hellblau. Hier ist ein Hauptbestandteil eben Centella Asiatica. Centella Asiatica ist auch bekannt als Tigergras und hat einfach sehr hautberuhigende Eigenschaften. Ich habe euch neulich mal in einem Video mit Produkten, die es auch bei Cervana zu kaufen gibt, hochgeladen, wo ich auf ein paar Inhaltsstoffe eingehe. Das kann ich euch gerne mal im i verlinken. Da gehe ich unter anderem eben auch auf Centella Asiatica mit ein. Sehr, sehr schön. 50ml Produkt sind hier drin. Ein Full Size Produkt. Das ist ein sehr gelungener Start. Hier habe ich jetzt die Nummer 2. Und hier sind mehrere Produkte drin. Ist das nicht cool? Und das sieht auch noch so hübsch aus hier. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich mir eh mal kaufen wollte. Ich nehme mal hier das erste heraus. Das ist einmal das hier. Da haben wir von Frudia eine Blueberry Hydrating Intensive Cream. Also eine feuchtigkeitsspendende Creme, die sehr intensiv Feuchtigkeit spenden soll und eben Blaubeere mit enthält. Und das, was man hier so erahnen kann, sieht schon mal richtig hübsch aus. Ich hatte die Marke schon mal für einen Themenhaul auf meiner Schirmliste gehabt. Sieht das nicht süß aus? Wie so ein Marmeladentöpfchen und dann dieses hübsche Lila. Also das feiere ich. Das stellt man sich gerne ins Badezimmer hin. Das macht richtig was her. Da macht es Freude, da zuzugreifen und das auch zu nutzen. Dann haben wir hier noch ein zweites Produkt. Und das ist, glaube ich, die leichtere Variante. Sieht ähnlich aus. Da steht jetzt Blueberry Hydrating Cream. Das andere war die Blueberry Hydrating Intensive Cream. Also zwei unterschiedliche Varianten, sodass man dann quasi für sich einfach ausprobieren kann, welche besser zu einem passt. Und hier ist es jetzt eher so Fliederfarben. Das Töpfchen sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Ich werde in diesem Video eine Verlosung für euch machen. Ich werde einen Teil der Produkte aus dem Kalender an euch verlosen. Und ich denke, dadurch, dass wir jetzt hier quasi zweimal das quasi drin hatten, auch wenn es ein bisschen unterschiedlich ist, wäre eins davon schon mal ein Produkt, das ihr gewinnen könnt. Welches genau, das überlege ich mir noch. Am Ende geht es dann nochmal um die Verlosung und dann zeige ich euch ganz genau, was es zu gewinnen gibt. Wir sind bei der Nummer drei und hier ist eine schmale Schachtel drin. Die hat eine hübsche Farbe. Das könnte etwas Dekoratives sein. Von Etude haben wir hier ein Fixing-Tint. Das klingt nach einem Lip-Tint, oder? Was sagt ihr? Und wenn es in der Farbe ist, wie hier das Packaging, dann ist es eine echt schöne Farbe. Hier haben wir einmal das Lippenprodukt. Der Farbton nennt sich Midnight Mauve. Nummer 05 ist das. Und ich glaube, das ist wirklich auch so, wie hier das Packaging ist. Ein schöner Farbton. Ich werde das mal aufmachen. Ja, wir haben hier einmal so ein Applikator-Füßchen und ich werde euch jetzt hier einfach mal was auftragen. Das ist so ein richtig schöner Farbton, der nicht so kräftig ist. Also er ist nicht so deckend, sondern eher schier. Ich glaube, der sieht sehr hübsch auf den Lippen aus. Ich werde den mal auf den Lippen ausprobieren. Mal gucken, wie mir die Farbe steht. Ich finde, das ist ein schönes, dekoratives Schätzchen. Mal gucken, was da noch so kommt. Am 4.12. erwartet uns ein großes Produkt. Und zwar haben wir hier von der Marke Corsarex ein Produkt mit Propolis. Die Propolis Honey Overnight Mask. Also eine Übernachtmaske. Das ist sehr beliebt auch im asiatischen und koreanischen Raum. Ich persönlich verwende solche Übernachtmasken gern ein- bis zweimal die Woche. Einfach als besondere extra Pflege. Hier haben wir einmal diese Tube. Das sieht so relativ unspektakulär aus, außer diese gelben Kringelchen da mit drauf. Und sie schreiben hier, nach der Reinigung und dem Toner soll man eine entsprechende Menge auf das Gesicht auftragen, über Nacht einwirken lassen und dann eben am nächsten Morgen abwaschen. Honig ist einfach auch desinfizierend. Antibakteriell. Antibakteriell ist das bessere Wort. Und deswegen eine tolle Geschichte für die Haut. Die Nummer 5 ist eine wahnsinnig große Box. Also wenn man den Kalender neu befüllen möchte und Produkte reinmacht, dann hat man hier tolle Möglichkeiten. Hier ist es so, dass wir jetzt auch manchmal bei den Boxen noch so ein bisschen Pufffolie mit unten drin liegen haben. Wenn es dann doch nicht ganz so große Produkte sind, wie jetzt eigentlich die Box ist, dann könnte man sagen, okay, man könnte den Kalender vielleicht auch kleiner gestalten. Aber wenn ich jetzt halt überlege, dass ich wirklich so einen Kalender mal befülle, macht es schon Sinn, wenn die Boxen auch etwas größer sind. Und jetzt haben wir hier einmal diese Schachtel. Und das ist etwas, was ich noch nicht gesehen habe, was ich noch nicht kenne. Melt and Remove steht hier auf dem Deckel. Und ich meine, das hier ist der Markenname. Hier, keine Ahnung, wie man das ausspricht, könnte vielleicht so eine Art Pet sein für die Nase, glaube ich. Ja, hier haben wir eine Abbildung sehr gut. Denn wir haben hier auch natürlich alles auf koreanischen Schriftzeichen drauf. Und man sieht hier eine Abbildung, wo so ein rundes Pet ist. Dann sieht man die Nase, wo man das Pet auflegt. Dann soll man das 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Und dann anschließend die Nase mit einem Q-Tip reinlegen. Okay, hier haben wir diesen Tegel. Das ist ein schwarzer, wie die Umverpackung. Und dann tatsächlich hier auch passende Q-Tips, um dann eben das alles zu entfernen, was aus den Poren herauskommt. Ja, ich glaube, ich probiere das einfach mal aus. 55 Milliliter steht hier, beziehungsweise 35 Sheets sind hier drin. Also für 35 Anwendungen. Da hat man eine Weile was von, oder? Aber wie spricht man bloß diese Marke aus? Tia, also ich glaube, es ist ein T, ein I, ein A und ein H. Dann würde ich Tia sagen. Spannend. Kenne ich noch nicht. Und genau das habe ich mir gewünscht, dass wir hier so ein paar Sachen drin haben, die ich noch nicht kenne, die ich gerne ausprobieren möchte. Ich finde es toll. Wir sind am 6.12. Nikolaus Witteler, glaube ich, nicht gefeiert. Hier ist auch eine interessante Schachtel drin. So rot-schwarz. Und dann ist hier noch, ja, wie so Diagramme, Zeichnungen und ein Labor an der Seite mit aufgedruckt. Sieht auch sehr interessant aus. Und hier haben wir von der Marke Peslo, ich glaube, es ist die Marke Peslo, ein 90 Sekunden Elastox Hand Ampul. Ein Serum für die Hände mit natürlichen Inhaltsstoffen steht hier noch. The Essence of Ancestors Wisdom. Okay, also anscheinend haben wir hier Handpflege drin als Ampulle. Gut, schauen wir uns an. Mal wieder was Neues, oder? Also ich finde, die Umverpackung sehr modern schon mal, spricht mich an. Und dann haben wir hier einmal diese rote Tube drin, passend dazu. Da steht im Prinzip nochmal das Gleiche drauf wie auch außen. Das klingt tatsächlich flüssig. Also es ist wirklich wie ein Serum und kann dann vielleicht noch einen zusätzlichen Schritt vor der Handcreme aufgetragen werden. Ich glaube, ich mache hier mal den Swatch ab und dann probieren wir das mal direkt aus. Der ist übrigens fast komplett runtergetrocknet. Sieht jetzt auch eher matt tatsächlich aus. Ich glaube aber nicht, dass der unbedingt kussecht ist, aber es ist eine echt schöne Farbe. Gefällt mir gut. Zur Anwendung schreiben sie hier tatsächlich, dass man das Produkt gut schütteln soll. Man soll es auf die saubere, trockene Haut auftragen. Eine kleine Menge Produkt in einer dünnen Schicht auftragen. Und dann soll man 90 Sekunden warten, bis es voll eingezogen ist. Also es soll nur 90 Sekunden dauern. Wir gucken uns das mal genauer an. Also ich hatte noch nie ein Serum für die Hände. Hier ist es nochmal extra versiegelt zum Schutz. Finde ich gut. Mach ich auch mal fix ab. Und dann werde ich hier einfach mal einen Klicks drauf geben. Also es ist wirklich ziemlich dünnflüssig. Ein bisschen milchig von der Farbe. Ich mach mal schnell den Deckel hier wieder drauf, damit da nichts rausläuft. Ich habe jetzt mit Absicht nur ganz wenig genommen. Und jetzt werde ich das hier mal verteilen. Es fühlt sich leicht an, pflegend an. Also man merkt, dass da Lipide mit dabei sind. Also Fette mit dabei sind, Öle. Es fühlt sich wirklich sehr angenehm an. Und es lässt sich toll verteilen. Es hat einen leichten, frischen Cremegeruch. Aber sonst nichts Auffälliges. Nur ganz dezent. Und gefühlt ist es jetzt schon eingezogen. Obwohl noch bei weitem nicht die 90 Sekunden um sind. Spannend, oder? Was sagt ihr? Also das beeindruckt mich gerade, weil ich es halt auch so noch nicht gesehen habe. Werde ich auch direkt in mein Badezimmer stellen. Jetzt wird es ja wieder kälter. Ich muss dann immer aufpassen, dass gerade hier die Gelenke nicht bei mir von der Haut her einreißen und trocken werden. Also ich denke, das wird schon einen guten Effekt haben. Weiter geht es mit meiner Glückszahl der Nummer 7. Und hier haben wir auch wieder ein großes Produkt drin. Und das ist jetzt passend zu dem Handserum von eben. Denn wir haben hier jetzt eine Handcreme drin. Also ein Produkt, das wir uns dann anschließend auftragen können. Das ist von Esfolio. Eine Fresh Pink Peach Handcreme. Die wird bestimmt ganz wunderbar nach Pfirsich duften. Mit 100ml. Und sieht das nicht hübsch aus hier mit dem Pfirsich, der da so mit drauf ist? Und dann sind da noch so ein paar andere Applikationen. Und die Klee wird da auch so außen rum. Also sehr hübsch. Ich finde so Packaging-mäßig haben die das echt drauf. Und dann haben wir hier einmal diese hübsche Tube. Also mit 100ml kommt man echt wahnsinnig weit. Die wird eine ganze Weile reichen. Die lasse ich jetzt mal noch zu. Werde ich aber auch gerne mit ausprobieren. Und ich hoffe sehr, dass die wirklich richtig schön nach Pfirsich duften wird. Die Schublade vom 8.12. fühlt sich jetzt ziemlich leicht an. Hier ist auch ein relativ kleines Produkt drin. Und zwar haben wir hier ein Extreme Lip Repair. Sehr gut. Von der Marke Real Barrier. Ich glaube, das ist eine richtig tolle Lippenpflege. Die gut die Lippen mit Feuchtigkeit versorgen wird. 7g Produkt sind hier drin. Dann haben wir jetzt hier einmal die Tube. Das sieht schon fast ein bisschen medizinisch aus, oder? Aber irgendwie auch gut und ansprechend. Lippenpflege hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Ich finde, das rundet so ein Kalender auch immer ganz gut ab. Extreme Lip Repair. Also ich denke, das ist wirklich perfekt. Wenn dann vielleicht doch im tiefsten Winter, wenn die Lippen spröde und rissig werden, dass das dann einfach ganz toll pflegen wird. Hier haben wir die Nummer 9. Und hier ist ein Produkt drin, was ich richtig toll finde. Denn das kenne ich schon. Das habe ich auch im Badezimmer stehen. Ich finde das echt klasse. Das ist ein Gesichtsspray von der Marke Haru Haru Wonder. Das Black Bamboo Mist mit 80ml. Das ist einmal diese Flasche hier. Die sieht echt hübsch aus mit diesem Farbverlauf hier. vom Transparenten ins Grüne hinein. Und da ist eben Bambus mit enthalten. Bambus hat auch tolle Eigenschaften für die Haut. Also Bambus ist ja sowieso sehr vielseitig einsetzbar. Und also das Spray gefällt mir richtig gut. Da freue ich mich drüber, dass das im Kalender auch mit dabei ist. Richtig schönes Produkt. Mit dieser Box sind wir im zweistelligen Zahlenbereich angekommen. Und hier ist ein kleines Produkt drin. Vielleicht ist das wieder etwas Dekoratives. Wir haben hier von der Marke Peripera etwas. Und zwar ein Ink Velvet mit 4 Gramm. Das klingt nach einem Lippenstift, oder? Hier oben ist noch eine 01, aber sonst nur koreanische Schriftzeichen. Und wir haben hier 01 Good Brick. So nennt sich wohl der Farbton. A creamy textured velvet tint. Also ein Tint für die Lippen gehe ich von aus. Wir holen es hier mal raus. Wir schauen uns mal die Farbe genauer an. Und was das genau ist. Mit einem Pipettenfläschchen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht einfach ein universelles Produkt ist. Dass man das sowohl für die Lippen als auch als Blush verwenden könnte. Ich werde es jetzt mal nicht aufmachen. Ich verwende schon gerne auch so Creme Blushes und so. Aber so verflüssige Sachen, da habe ich noch nicht viel Erfahrung mit. Da möchte ich mir gerne erstmal überlegen, ob ich das ausprobieren möchte oder ob ich das weiter verschenken möchte. Wir sind bei der ersten Schnapszahl angekommen. Und hier ist auch wieder eine große Schachtel drin. Sie ist grün und es ist von der Firma Bonajour. Die kenne ich auch noch überhaupt nicht. Wir haben hier eine Muckwort Cream. Also eine Creme mit Beifuß. Und das ist eine Calming Mask. Okay, also eine beruhigende Maske mit Beifuß. Das klingt doch richtig toll und pflegend, oder? Hier haben wir jetzt einmal diese hübsche grüne Tube. Die sieht echt schön aus, weil es so ein bisschen metallisch auch ausschaut. Und was mir gerade aufgefallen ist, hier ist so ein Aufdruck, Open Date. Das heißt, da können wir mit einem Edding oder so raufschreiben, wann wir das geöffnet haben, damit wir im Blick haben, bis wann wir das aufgebraucht haben müssen. Finde ich super, super, super cool irgendwie. Also richtig gut und nützlich. Hier hinten steht auf Englisch noch beschrieben, was das so machen soll. Der Muckwort Extract, also der Beifuß, soll die Haut beruhigen und speziell auch irritierte Haut beruhigen, die Hauttextur glätten und die Hautelastizität stärken. Dann ist noch grüner Tee mit enthalten. Der soll Akne reduzieren und die Haut gut reinigen. Und dann haben wir hier noch andere Inhaltsstoffe drin, die einfach ein gesundes Aussehen verschaffen sollen. Das ist eine Maske, die man 15 bis 20 Minuten einwirken lässt. Ich finde, das klingt richtig interessant, auch aufgrund des Beifußes, der da mit drin ist. Bin ich gespannt, teste ich aus. Wir haben Halbzeit, ihr Lieben. Und in der Nummer 12 ist eine schmale, längliche Schachtel drin. Und hier am Ende ist es so braun, also wieder etwas Dekoratives. Da haben wir von der Marke Riri. Ja, ja, verzeiht mir bitte, wenn ich irgendwas falsch ausspreche. Und zwar haben wir hier einen Luxe Gel Eyeliner im Farbton Nummer 3 Schoko Brown. Schön, ein brauner und kein schwarzer. Das gefällt mir, das freut mich, das finde ich toll. Und ja, das scheint auch kein zu dunkles Braun zu sein. Wir haben jetzt hier einmal diesen Stift. Der hat aber direkt eine satte Farbabgabe. Und sieht so geswatcht deutlich dunkler aus, als wie jetzt so in dieser Stiftform, oder? Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also sehr satt und interessant. Ja, probiere ich mal aus. Damit kann man ja auch schön einen Eyeliner ziehen und das dann noch ein bisschen aussmatschen. Dass man so da einen soften Eyeliner quasi auch mit kreiert. Finde ich schön. Tolles Produkt. Nochmal was Dekoratives. Das gefällt mir auch. So kann es weitergehen. Hier habe ich jetzt die Nummer 13. Und hier ist ein Produkt drin, was ich allein von der Umverpackung schon sehr spannend finde. Denn wir sehen da so ein bisschen die Algen und ja, im Prinzip ist mehr abgebildet. Es ist auch von einer Marke, die ich bereits kenne, nämlich heimisch oder hämisch, je nachdem wie man es ausspricht. Und wir haben hier Marine Care, eine Augencreme. Total Eye Care Cream Anti-Winkle and Brightening. Also eine schützende Creme für die Augenpartie, die auch gegen Fältchen wirkt und einen auffällenden Effekt haben wird. Also gegen dunkle Augenschatten wirkt. Und dann geht es einmal hier drin so weiter. Das sieht ja wahnsinnig hübsch aus, oder? Dann haben wir einen sehr hübschen, ja so marine, blauen, fast petrolfarbenen Tiegel hier drin. 30ml Produkt sind hier drin. Ich finde, das ist für eine Augencreme auch echt viel. Eigentlich sind ja so 15ml. Und hier unter dem Tiegel ist tatsächlich noch so ein kleiner Spoolie. Der ist jetzt hier auch nochmal ein bisschen verpackt. Der ist spannend. Denn wir haben hier zum einen so ein kleines Löffelchen dran. Womit wir das Produkt entnehmen können. Ihr könnt auch als Richtwert immer nehmen, dass das, was am Produkt vorne aufs Löffelchen drauf passt, ausreichend ist für die Pflege. Und was ich besonders cool finde, ist hier das andere Ende. Denn da haben wir nochmal so eine Art Metallkugel mit dran. Und mit der können wir dann das Produkt quasi einmassieren. Und dadurch, dass es aus Metall ist, hat es noch einen kühlenden Effekt. Und wird dann quasi auch gleichzeitig noch abschwellend wirken. Das ist ja richtig cool und sieht sehr hochwertig aus. Also ich glaube, das ist auch generell eine Marke, die ich mir gerne mal noch ausführlicher anschauen möchte. Hier sind halt wohl wahrscheinlich Bestandteile aus dem Meer mit enthalten. Da kann ich jetzt auf die Schnölle nicht so viel lesen. Aber das schaue ich mir nochmal an. Und dann werde ich das austesten. Am 14.12. erwartet uns eine sehr kreative Umverpackung irgendwie. Also hier ist ein Mädchen drauf mit langen, orangenen Haaren. Und hier steht drauf, CER minus 100, Kollagen, Coating, Protein, Iron, Injection, 50 Milliliter. Also irgendetwas mit Kollagen. Und dann sind hier noch so ein Füll mit abgebildet und ein Kamm. Wir haben hier Elisa Wecker Original. Das könnte die Marke sein. Verzeihst mir, wenn das jetzt nicht so ist. Das ist manchmal gar nicht so leicht aus diesen Verpackungen herauszulesen. Sie schreiben hier zur Anwendung auf Englisch. After Shampooing, also nach dem Haare waschen, soll man die Haare Handtuch trocknen. Und dann eine Menge in die kaputten Partien der Haare einarbeiten. Und dann am besten trocken föhnen. Ja, es muss nicht ausgewaschen werden. Also es ist wirklich eine Leave-In-Pflege. Schön. Und jetzt können wir hier das Gesicht da so ein bisschen eindrücken, um hier diese Verpackung zu öffnen. Und dann haben wir hier eine Tube drin. Und dann lachen wir uns hier auch noch Augen an. Ist das nicht putzig? Also ich finde das ja echt süß. Ja, und die Tube selbst sieht dann einmal so aus. Also ähnlich wie die Umverpackung. Ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Spannend. Wird ausprobiert. Wird getestet. Mal gucken, was das so macht. Ob das eine schöne Fliege ist. Ich finde das von der Verpackung her irgendwie ganz putzig und süß. Und ich glaube, die Marke ist Elisa Wecker. So wird die heißen. Also schön. Und etwas Neues für mich, was ich noch nicht kenne. So finde ich total klasse. Freue ich mich drauf. Am 15.12. erwartet uns eine sehr leichte Box. Man sieht jetzt hier auch die Schnelle auch gar nichts an. Da sehe ich was Glitzerndes. Ich glaube, wir haben hier wieder etwas Dekoratives drin. Und sieht es nicht hübsch aus, wie das hier so glitzert? Ich muss es euch direkt mal zeigen. Also je nachdem, wie das Licht fällt, funkeln da die Sterne vor sich hin. Sehr hübsch. Und da haben wir von Twinkle Pop einen Glittering Eye Stick. Glittering Eye Stick für Sparkly Eye Makeup. Oh, schön. Also im Prinzip, ja, etwas, womit man so Highlights setzen kann im Auge. Hashtag 14 Sunset Me ist der Farbton. Der Stift sieht einmal so aus. Ich werde da gleich auch mal die Kappe abmachen und euch das Produkt zeigen. Ich versuche es vorsichtig zu machen. Denn es könnte sein, dass es gleich etwas ist, was ich euch in die Verlosung packe. Ja, es ist im Prinzip wie so ein schöner Highlighter Stift. Aber ich glaube, das ist auch so ein Produkt, was man sich super so mono aufs Augenlid packen kann. Dann ein bisschen verblendet. Dann noch ein bisschen Mascara rauf und fertig ist der Look. Ein sehr schönes Produkt. Gefällt mir auch echt gut. Die Nummer 16 ist eine schmale Schublade, wo man jetzt fast vermuten könnte, dass da vielleicht eine Maske drin ist. Wir haben hier auch ein schmales Sachet drin, aber es ist keine Maske. Es ist etwas gegen Hautunreinheiten, meine ich. Von der Marke Purito. Und zwar ein All Care Recovery Seeker Age. Und dann haben wir hier so verschiedene Patches drin, wie man sich eben auf Unreinheiten kleben kann. In verschiedenen Größen. Insgesamt 51 Patches sind hier dabei. 36 Stück eher kleiner mit 10 Millimeter Durchmesser und 15 Stück mit 12 Millimeter Durchmesser. Sie sollen wasserfest sein, luftdurchlässig, ultradünn und enthalten eben unter anderem auch Centella Asiatica, was sehr, sehr beruhigend wirken soll. Ich finde das ganz nützlich. Also hin und wieder plagt mich auch mal einer, der richtig wehtut. Und dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es dann so einen beruhigenden Effekt haben wird. Also ein Produkt, was hier in jedem Fall auch mit gut ergänzend reinpasst in den Adventskalender. Und jetzt schauen wir mal uns das nächste an. Hier haben wir die Nummer 17 und da ist ein Produkt drin, was ich auch richtig toll finde. Denn es ist von The Lab, das Oligo Hyaluronic Acid Boosting, die am Boosting Ampulle. Und da habe ich einen Toner. Was ist ein Toner? Ich glaube ein Toner. Der eben auch diese Oligo Hyaluronsäure enthält. Oligo heißt einfach, dass es Milamolekular ist. Das heißt, wir haben hier sehr kleine Moleküle, die besonders tief in die Haut eindringen können. Und ich finde das jetzt total klasse, dass ich jetzt hier auch ein Serum noch dazu habe. Mit 30 Millilitern. Das ist richtig schön. Und kann man dann super mal ausprobieren. Einfach so Hyaluronsäure wird auch von den meisten Menschen richtig gut vertragen. Spendet Feuchtigkeit, minimiert Fältchen. Und das finde ich total klasse. Da freue ich mich drüber. Weiter geht es mit der Nummer 18. Hier haben wir eine hübsche, weiß-rosa farbene Schachtel drin. Und zwar von der Marke Bellflower. Das ist eine Retinol Cream for Winkle Care. Also sie soll vor Fältchen schützen. Und 30 Milliliter Produkt sind hier drin. Okay, Retinol ist ein Bestandteil, den meine Haut leider nicht so gut verträgt. Das ist natürlich schade für mich. Aber dafür umso besser für euch. Denn das werde ich euch dann definitiv auch mit in die Verlosung packen. Und die Turbe sieht wirklich total hübsch aus. Fällt mir so vom Packaging her richtig gut. Wird auch bestimmt richtig gut sein. Und schönes Produkt. Die Nummer 19 ist wieder eine riesige Schublade. Und sie ist auch recht schwer. Hier haben wir jetzt eine goldene Verpackung drin. Und es ist eine Schnecke drauf. Viele haben ja da echt Respekt vor, so Produkte mit Schnecken Bestandteilen zu verwenden. Es gibt mittlerweile unterschiedliche Arten, wie der Schneckenschleim gewonnen wird. Er kann durchaus mittlerweile künstlich hergestellt werden. In den meisten Fällen ist es wohl aber so, dass die Schnecken über eine Art Gitter laufen. Und dann da der Schneckenschleim abstrahiert wird. Wie es den Schnecken dabei geht, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist natürlich schon eine interessante Frage, wo man vielleicht auch genauer wissen wollen würde, wie jetzt genau diese Marke das eben auch gewinnt, ob jetzt künstlich oder natürlich. Aber es ist in jedem Fall ein sehr interessanter Bestandteil, den wir sehr oft in koreanischer Pflege finden. Und das hier sind die Hydrogel Eye Patch. Also es sind Augenmasken mit Gold und eben Schneckenschleim-Extrakt. Das soll helfen, dass die Haut gestrafft wird und gesund ausschaut. Und außerdem noch einen Glow bekommt. Ich finde es toll, dass wir hier so einen Tiegel haben, wo wir eben auch mehrere Patches drin haben. Also nicht nur so eine Einmalanwendung. Das heißt, wir haben da eine ganze Weile was von. Hier ist auch so ein kleiner Spatel noch mit dabei, damit wir die einzelnen Patches gut entnehmen können. Und Gold hat ja dann noch so diese antiseptische Eigenschaft, entzündungshemmende Eigenschaft, was ja dann auch Sinn macht. Und dann passt es natürlich auch super zu diesem ganzen goldenen Packaging hier. Ja, ich glaube, ich probiere sie aus, auch wenn selbst ich so ein bisschen Respekt vor dem Schneckenschleim habe. Wir sind auf der Zielgeraden. Ich habe hier die Schublade Nummer 20. Hier ist ein kleiner Tiegel drin. Das sieht auch sehr interessant aus. Und ich habe überhaupt keinen Schimmer, was das ist. Okay, hier auf der Seite steht es ganz klein drauf. Wir haben wieder etwas aus dem dekorativen Bereich von der Marke Skinfood. Gut, eine Salmon Dark Circle Concealer Cream. Also etwas, um Augenschatten wegzuretuschieren. Ich zeige euch das jetzt einmal so. Das ist hier noch komplett verschweißt und eingepackt. Ich werde das mal ausdriemeln. Oh ja, das ist so ein leichter Peach Ton, würde ich fast sagen. Also das wird bestimmt gut die Augenschatten reduzieren. Es fühlt sich cremig an. Und ich werde jetzt hier einfach mal was auf meinen Handrücken tupfen. Es fühlt sich nicht so austrocknend an jetzt im ersten Moment. Und ich habe jetzt hier so einen kleinen Klecks. Also man sieht schon, dass das da aufgehellt ist und ein bisschen abgedeckt ist. Und es macht auch so ein bisschen den Anschein, als wenn es auch so ein bisschen glow macht. Also je nachdem, wie das Licht jetzt hier auch so drauf fällt, gefällt mir gut. Also ich werde es ausprobieren. Ich finde die Farbe gut. Ich glaube, die könnte gut zu mir passen. Und werde ich testen. Finde ich schön. Hier haben wir jetzt die Nummer 21. Und hier haben wir einen Sonnenschutz drin. Das finde ich toll. Und das ist von der Marke Make Prem. Das ist auch eine Marke, die mir schon bekannt ist, wo ich aber noch nicht viel ausprobiert habe. Ich hole das hier, glaube ich, mal aus der Umverpackung raus. Wir haben hier in jedem Fall einen Lichtschutzfaktor mit 50 Plus drin, was ich sehr lüblich finde. Dann haben wir hier so eine schmale Tube mit 50 Milliliter und es ist die Light and Refreshing Sun Essence with Full Moisture. Es soll also eine leichte, erfrischende Sonnenessenz sein. Also wirklich, Essenz klingt ja auch schon sehr leicht und nicht so fettig, welche aber komplett auch Feuchtigkeit spenden soll. Das klingt richtig toll. Werde ich ausprobieren. Ich glaube, das ist auch so ein perfektes Produkt, so unter Make-up. Richtig schön. Freue ich mich drüber. Wird ausgetestet. Bei der zweiten Schnapszahl sind wir nun angekommen. Die Nummer 22. Hier haben wir auch wieder eine echt große Schachtel drin. Da hängt ein bisschen Brüsselpapier dran. Das ist von der Marke Axis Y, ein Dark Spot Correcting Glow Serum Kohl. Das ist mit aktivierten Niacinamiden. Also Niacinamide haben wir jetzt schon öfter gehört, aber hier steht explizit Activated Niacinamide. Sie sollen helfen, dunkle Stellen zu korrigieren, die Haut aufzuhelmen. Hier sind auch noch Swalane mit enthalten, die die Feuchtigkeit tief in der Haut festhalten sollen und der Haut einen Glowy Skin schenken sollen. Niacinamide sind hier zu 5% wohl mit enthalten. 50ml Produkt haben wir hier. Und jetzt haben wir hier einmal diese Tube. Die ist mit einem Pumper auch ausgestattet. Sieht interessant aus. Dann steht hier noch 6 plus 1 plus 1 Advanced Formula. Was das jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht. Aber dann ist hier noch so ein chemisches Zeichen mit drauf. Ich werde mir das mal in Ruhe anschauen. Ich werde es in dem Fall ausprobieren. Ich bin da neugierig drauf. Das ist doch nicht so ein Grund, warum mich speziell auch solche Kalender eben interessieren. Weil hier Marken drin sind, die man nicht kennt. Weil man weiß, dass die koreanische Hautpflege eben so gut sein soll. Und da möchte man einfach gerne auch was ausprobieren von Männer. So viele von Schwärmen. Und ich vertrage Niacinamide sehr gut. Und ja, ich finde, das ist ein tolles Produkt. Wir sind beim 23.12. angekommen. Und hier haben wir eine Marke drin, die glaube ich schon recht bekannt ist und auch beliebt ist. Nämlich die Marke Isn't Free. Da habe ich auch drei Produkte da. Ja, allerdings nicht dieses. Wir haben hier das Hyaluronic Acid Rotary Sun Gel drin mit einem Lichtschutzfaktor von 50. Das ist jetzt der zweite Sonnenschutz. Einen hatten wir ja schon. Sonnenschutz spielt tatsächlich in der koreanischen Hautpflege eine enorm wichtige Rolle. Darum kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass wir hier gleich zwei Sonnenschutzprodukte in dem Kalender drin haben. Wobei das eine war ja eine Essenz. Das andere jetzt hier ist ein Gel. Also es sind schon irgendwie auch unterschiedliche Geschichten. Aber vielleicht hätte man da doch noch ein bisschen mehr Variationen mit reinbringen können. Ist aber Kritik auf hohem Niveau. Also ich finde, das ist noch okay so. Ich finde, die Tube sieht echt hübsch aus mit diesem Blatt hier. Es ist ja so ein Blatt mit drauf. Also ich glaube, das ist ein tolles Produkt. Das klingt auch nach einem leichten Produkt, weil es eine Gelcreme ist. Finde ich sehr schön. Aber ich denke, eine der beiden Sonnenschutzgeschichten werde ich euch in die Verlosung packen. Ich werde da nochmal überlegen, welche. Wir sind beim großen Finale angekommen. Der Nummer 24, die hier auch so wieder schön glänzt, so schön metallisch ist. Und hier haben wir einmal diese Schachtel drin. Das ist von der Marke Beauty of Jocen. Also auch eine Marke, die mir jetzt schon ein paar Mal so über den Weg gelaufen ist. Hier haben wir das Relief Sun Rise and Probiotics SPF 50. Also auch nochmal einen Sonnenschutz. Allerdings noch mit Reis und Probiotics enthalten. Ja, gleich zweimal direkt hintereinander Sonnenschutz und einmal schon auch vorher. Weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Das könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Ja, es ist wichtig, der Sonnenschutz. Habe ich ja auch vorhin erzählt. Also gerade, wenn ihr auch chemische Peelings verwendet oder so. Das ist jetzt hier eine sehr schlichte Tube. Sieht aber auch irgendwie sehr hochwertig aus. Auch hier ist eben wieder ein Lichtschutzfaktor von 50 mit dabei. Klingt auch gut, ne? Ich wüsste jetzt gar nicht vor Schreck, welche der drei Sonnenschutzgeschichten mir am besten gefällt. Ich finde, die klingen alle sehr interessant. Aber ich werde nicht alle drei behalten. Das kann ich ja gar nicht aufbauen. Also eine davon bekommt ihr auf alle Fälle mit in die Verlosung. Aber zunächst einmal zu meinem Fazit. Wir haben nämlich jetzt den kompletten Kalender ausgepackt. Ich werde euch mal den Gesamtwert dazu einblenden. Der Kalender ist ja leider nicht günstig. Also selbst wenn ihr jetzt meinen Rabattcode verwenden wollt, kostet der doch einiges. Aber wir haben hier wirklich nur Full-Sales-Größen drin und tolle Marken drin und abwechslungsreiche Marken drin. Also es hat sich jetzt, wenn ich da jetzt nichts übersehe, keine Marke gedoppelt, was mir sehr gefällt. Wir haben ein paar dekorative Geschichten mit dabei. Also auch gerade dieser schöne Lip-Tint am Anfang hat mir gefallen. Oder hier dieser schöne Gel-Liner gefällt mir auch sehr gut. Wir hatten dieses tolle, tolle Gesichtsspray von Haru Haru mit dem Bambus mit dabei. Lippenpflege. Generell Gesichtspflege von Fru Dia, die ich mir auch kaufen wollte. Dann noch diese spannende Schnickengeschichte hier, diese Augenpflege. Wir hatten diese ganz tolle Augenpflege hier von Heimisch. Ich glaube, das ist auch so mit mein Highlight aus dem Kalender. Hätte ich mir auch super in der Nummer 24 vorstellen können. Diese Patches hatten wir. Wir hatten ja echt tolle, diese Muckwort-Cream mit dem Beifuß. Also auch sehr spannend. Wirklich tolle, tolle Produkte. Und ich denke, wir werden auch auf einen entsprechenden Wert kommen, sodass sich das in jedem Fall lohnt, wenn man da einfach mal wirklich was ausprobieren und austesten möchte. Und einfach sich mal einen Überblick verschaffen möchte. Mein einziger Kritikpunkt ist wirklich, dass wir hier dreimal Sonnenschutz drin haben. Nämlich einmal mit Beauty of Jason. Dann noch hier mit Isntree, das zweite. Und dann noch Make Prem, das war der dritte Sonnenschutz. Also da einer weniger und dafür noch etwas anderes mit rein. Wie zum Beispiel ein Toner. Den vermisse ich tatsächlich. Das hätte ich richtig gut gefunden. So ihr Lieben, wir kommen jetzt noch zur Verdosung. Ich habe mir jetzt nochmal einen Überblick verschafft und euch eine schöne Box zusammengestellt mit Produkten aus diesem Kalender, die einer oder eine von euch jetzt gewinnen kann. Und das sind sie. Ich habe hier euch einmal diese Patches reingepackt. Dann einmal diesen flüssigen Tint hier für Wangenlippen und alles mögliche. Ihr bekommt auch die Nummer 24, den Sonnenschutz von Beauty of Jason. Außerdem die Propolis Honey Overnight Mask. Dann das Haruharu Wanda Black Bamboo Mist. Das, was ich ja auch schon habe, was ihr unbedingt ausprobieren müsst. Dann packe ich euch noch die Retinol Creme mit ein. Dann einen Tiegel hier von Frida. Diese Blueberry Hydrating Intensive Cream habe ich da ausgewählt. Die Lippenpflege könnt ihr noch gewinnen. Und dann noch diesen schönen jützenden Eistick. Den packe ich euch auch mit in die Verlosung. Und das ist das, was ihr gewinnen könnt. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals. Gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Selvana, damit weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.